WDR mediagroup GmbH So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten sechs Monate werden hart. Aber ihr seid hier bei der Crème de la Crème. Das ist ein kompletter Psychopath. Noch einen Fehler und die Doppeltern kriegen einen BV drin und steht fürs Vaterland gefallen. Ein wenig so Schleifertypen wie Ihnen will keiner mehr zum Bundesheer. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. 20. Wieso? 40. 60. 60. Sag einmal, kapierst du nicht, dass du die Wappen holen sollst? 60 Liegestützer. Aufstehen. Seien Sie schwer vom Begriff Rekrut-Tschusch? Herr Vizeleutnant, Rekrut Fahlack meldet meinen Namen Sahlack. Bist du ein intelligenter Tschusch? Jawohl, Herr Vizeleutnant. Was wird denn das? Ein Familienporträt. Nein, das sind Monster. Sie wollen sich verpflichten lassen. Jawohl, Herr Vizeleutnant. Warum? Fragen Sie, weil ich im Tschusch bin oder weil ich schwul bin? Sie bewegen sich auf einem Minenfeld. Wo warst du? Wo warst du? Du kannst es. Komm jetzt. Du kannst es. 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 Du kannst es.